Ja, was ist denn da los, sagt der DJ Nix. Schön, dass ihr euch gesagt habt. Big Ambitions. Ja, es ist keine Hintergrundmusik zu hören, weil ich leider das letzte Mal wieder vergessen habe, die Pause-Taste zu drücken. Wir haben es endlich geschafft. Ich habe das beim letzten Mal gar nicht so richtig feiern können. Unser Modelladen ist den hoffentlich jetzt wirklich endlich eingerichtet. Ja, und so kreislich finde ich den gar nicht, wie manch einer von euch meinen möchte. Ah, okay, was haben wir denn da? Ausbildung schon wieder abgeschlossen. Okay, wunderbar. Moment mal. Ah ja, die müssen alle nochmal ran. Die müssen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wo die Sicherheitsbeamten fällen und Beamten und Beamtinnen, die Sicherheitsleute. Ich bin nicht mehr Sicherheitsmann, da sind es lauter Frauen. Ich weiß nicht mehr, irgendwo bei den, am Wochenende, glaube ich, Mittwoch, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wir haben also zum einen Mal die Preisgeschichte gemacht, wunderbar. Wir haben unseren Modeladen eingerichtet, noch wunderbarlicher. Und es schaut wirklich jetzt ganz gut aus. Und jetzt bin ich auch wirklich gespannt, morgen, also über Nacht, wie das, wie haben denn die Leute eigentlich alle an, wie das ausschaut mit dem Umsatz tatsächlich. Bitte sind wir blöd, dass die blöden Viertel da nicht ausgehen. So, dann sehen wir noch mal. Haben wir, ich schau jetzt gerade mal. Ja, es ist alles drin und die in der Mitte. Ah, der da rechts, der steht in der Feld. Dann machen wir das einfach so. Genau. So, dann haben wir den, der steht jetzt auch noch drin. Was sagt mir eigentlich zur Sicherheit hier im Modeladen? Durchschnittlich. Und was haben wir an Diebstahl? 90 Dollar. Ich glaube, das können wir verschmerzen. Da bin ich entspannt mit dem 90 Dollar. So, wir schauen, wir sind nicht passend gekleidet in einem kleinen Modehaus, in einem exklusiven, ist ja tatsächlich nichts. Deswegen fahren wir jetzt nach Hause. Müssen wir schauen, ob wir einen Sport machen müssen. Wie schaut es denn aus mit unseren Personals? Ja, Training ein bisschen machen. Genau, Training. Ich sage, ich kann mal schauen. Und dann sind wir ganz gespannt auf den Umsatz. Wir sind nicht mit dem Auto gefahren, gell? Nein, wir sind mit dem Taxi gefahren. Bring uns doch mal bitte, wie immer, einmal quer durch die Stadt. Bring uns doch mal bitte nach Hause. Wo steht denn eigentlich unser geiles Auto? Hier vor der Tür. Sauber eingeparkt. Mit ein paar Kielfeln. Sau gut. So, guten Abend. Guten Abend. Machen wir noch ein bisschen Training. Wenn wir gerade dabei sind. Hier noch ein Stündchen Laufband. Tut immer gut. Machen wir noch ein bisschen flotter hier. So, was sagt der jetzt? Training. 19 Stunden übrig. Dann noch ein bisschen Klimmzügerl. Ein Stündchen. Oh. Und so reichend Energie. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir sind, jawohl. Ich bin schon am Essen. Gut. Ja. Wunderbar. Dann gehen wir ins Bett. Wenn er so müde ist, gehen wir ins Bett und die Spannung steigt. Aufwachen. Nein, wir haben gar keinen konkreten Plan. Moment. Dürfen wir gar nicht laut sagen. Dann, wenn wir keinen konkreten Plan haben, dann... Waffen bis um 8 Uhr. 100... 1001 kommt mir jetzt nicht so viel vor. Wo hapert es da? Mode 17.000 Gewinn gemacht. Also, da darfst du eigentlich gar nicht ganz happen. Schaut es gerade mal. Preisgestaltung. Wunderbar. Ich glaube, das mit den Preisen habe ich schon gemacht, oder? Noch mal kontrollieren. Ja, schaut ganz gut aus. Ist mir jetzt vom Bauchgefühl, ich merke es mir jetzt nicht immer, aber ist mir jetzt vom Bauchgefühl irgendwie ein bisschen wenig vorkommen mit dem Umsatz. Aber es schaut alles ganz gut aus. Schauen wir mal noch mal im Economic View. Unter 10, 100... Nö, aber es ist ungefähr immer gleich. Wir haben mehr sogar gemacht, oder? Ja, durch diese Preiserhöhungen haben wir noch mal ein bisschen was rausgekaut. Ja. Wunderbar. Also, ja. Kann man sich eigentlich gar nicht beschweren, gell? Ja, gut. Dann können wir wirklich langsam... Nein, können wir nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir können den Blick nach vorne. Wir haben jetzt noch eine kleine Baustelle, nämlich diese Geschichte mit den Grafikdesignern. Ah, vier Kunden. Während der Arbeitszeit alles voll, vier Kunden. Wie viele Leute sitzen denn da drin? Müssten wir vielleicht tatsächlich doch mehr Marketing machen? Wir haben sechs Leute drin sitzen. Und es sind aber gestern nur vier Leute gekommen. War die ganze Zeit. Ja, was machen wir da falsch? Ich meine, klar, man kann die Leute jetzt zu anderen Zeiten hinschieben. Aber wenn um 10 Uhr kommt eine Person, dann... Anscheinend ist die Öffnungszeit richtig gewählt. Weil wenn wir am Anfang einen haben und dann geht es auf vier und am Schluss einen haben und dann geht es auf vier und dann geht es auf einen runter. Es scheint ja die Öffnungszeit gut gewählt zu sein. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Wie ist es denn mit dem Preis? 135. Das haben wir auch neulich gemacht. Weil ich könnte jetzt die Leute auf Samstag, auf Samstag, Sonntag, aber da haben wir ja auch schon zwei. Oder würde es was bringen, wenn wir die in der Zeit verschieben? Dass wir zwei Schichten machen. Kann man das irgendwie gar nicht vorstellen, dass das was bringt. Kann man das echt nicht vorstellen. Wir können es ja mal probieren. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Kein Mensch geht um drei in der Früh in ein Designerbüro. Das ist ein totaler Unsinn, ist das. Also weiß ich im Moment keinen sonderlichen Lösungsansatz. Ganz ehrlich. Ich mache es jetzt wieder zurück, weil es für mich keinen Sinn macht. Wenn um gestern Kunden im Laufe der Zeit. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ist es der Tag? Aber ist es ja nicht. Doch, es sind 35 Kunden gekommen oder wie? 35 Kunden. Ja klar, wir haben ja die ganze... Also pro Stunde kommen wir immer vier Leute. Ja, man kann es drinnen und wenden, wie es wohl. Es reicht halt nicht. Wir verdienen damit irgendwie kein Geld. Und ich langweilt mich das. Ganz ehrlich. Ich bin echt am überlegen, ob ich die ganze Show auflöse. Was ist denn das für ein Büro? Was haben wir denn da für eine Größe? Naja, weil das ist ja eben nur ein Büro, kein Laden. In dem Sinn. Oder sehe ich das richtig? Zustand durchschnittlich. Also, man könnte eventuell am Zustand noch was machen. Weiß ich nicht, was durchschnittlich bedeutet. Man könnte am Marketing noch ein bisschen was machen. Aber mehr Marketing kostet brutal viel mehr Geld. Kleine Werbetafel, große Internetkampagne. Wir könnten ja mal schauen. Design. Nehmen wir noch eine mittlere im Internetkampagne. 250 kann man sie durchaus leisten. Jetzt haben wir 89 Prozent. Und wenn wir jetzt 80. Noch eine kleine dazu nehmen. 98. Das ist jetzt vom Finanzierbaren okay. Verkehrsindex. 96 Prozent. Da hab ich jetzt gar nicht mehr. Wieviel war denn das jetzt vorher? Wieso schau ich da eigentlich nicht hin? Ist ja auch wurscht. Schauen wir mal, ob da was geht. Also, wir haben jetzt Werbung voll. Das Büro sitzt voller Leid. Ich seh keinen Sinn dran, die Zeiten zu verschieben. Wir könnten vorbeifahren und vielleicht das Büro noch ein bisschen einrichten. Wir ziehen uns jetzt erst einmal um. So schaut's aus. Ich hab jetzt keine Lust auf Trainingsoutfit. Jetzt haben wir wieder Zeit für was Gescheites. So. Lassen wir mal jetzt endlich, wenn wir schon in unser Designbüro fahren, dass wir ausschauen wie ein Businessman. Und da fahren wir natürlich mit dem Taxi. Ja, okay. Lass kurz sein, wir gehen jetzt los. Als es die drei Meter... Moment, apropos los geht. Da, 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 da. Moment, 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 moment. Was muss ich da machen? Ja, mieten. Okay, finde ich witzig. Der passt fast zu schnell wie unser Auto. Wie lange gilt der Mietvertrag? So lange, bis ich wieder absteige, oder? Okay, lustig ist es. Warum bin ich wieder zu blöd? Man kann sich mit dem Ding, man kann mit dem Ding zumindestens Parkplätze reservieren. So, jetzt schauen wir mal rein in unser Büro. Also. Was ist denn da los? Was ist da gekommen? Weihvermittlung? Was? Wie? Was? Wurden an unseren MyEmployee-App. Also das bedeutet unser Headhunter, oder? Macht das jetzt? Müssen wir da jetzt immer beim Headhunter nachschauen, oder? Nö, nicht wirklich. Der kümmert sich nur schließlich und endlich drum. Die Leute sind jetzt einfach da. Oh. Naja gut, aber die sind halt null ausgebildet, gell. Ist ja Wahnsinn. Ach, da sieht man, wer es rekrutiert hat. Aber die waren halt alle wahnsinnsbillig, gell. Und zwar, wie viel das sind. Ja krass. Wie günstig. Das ist ja der Wahnsinn. Da muss ich mich da... Oh Gott, wie viel sind denn das? Wie viel hab ich da bestätigt? Naja gut, das kostet uns ja nichts. Also, okay. Wunderbar. Es soll ruhig. Da muss ich mich mal anders damit... Also, das schieben wir mal auf eine nächste Sendung dann damit, uns zu beschäftigen, dass wir dann eigentlich jetzt anfangen müssten, die ganzen Mitarbeiter auszutauschen. Aber natürlich erst, wenn die ausgebildet sind. Ach du meine Güte, und die alle ausbilden. Ah, okay. Bin jetzt nicht so erpicht drauf. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Ach so, genau, bei unserem Geschäft. Grafikdesign. Marketing, Kulte, Preis, Innenausstattung. Hier, Innenausstattung, 100%. Dann weiß ich nicht, was er da angegeben hat, von wegen durchschnittlich. Also, wir machen ein bisschen Plus, aber... Und ich finde es auch nicht so kreislich. Ich kann noch so lange nachdenken. Ganz ehrlich, ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. Deswegen wird das jetzt noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil mir dazu nichts einfällt. Ich weiß, einige von euch haben wieder saugute Ideen. Und erzählen mir dann wieder, wie es bei euch alles gut läuft. Hilft mir im Moment nicht so recht weiter. Hm. Vielleicht sind einfach... Grafikdesign ist im Moment gar nicht angesagt. Nachfrage, Martini, Haarpflegeprodukte. Anwaltshonorare. Ja, Stundengefühl für Programmierer, 31%. Ja, also, ich bin jetzt im Moment echt ein bisschen sprachlos, was das angeht. Oder auch ein bisschen planlos, das bin ich selten, aber in dem Fall ist es halt so. Müsste man einfach mal ein bisschen warten noch. Dem Ganzen jetzt, vielleicht hat das mit der Werbung jetzt ein bisschen was gebracht. Einbrecher tut ja keiner. Der Endeffekt des Ganzen ist, dass ich so ein bisschen kriegsfuß bin mit den, jetzt mit diesem Dienstleistungsanbietern, das will ich sagen. Und auch hier zum Beispiel der WNC, hört auf, der Wine & Cigars, weil ich jetzt über drüber lebt, ob wir nochmal so ein Wine & Cigars machen. Aber so ein Wine & Cigars, ich meine, das ist ein großer Laden, der macht 5000 Umsatz, ist jetzt auch nicht so der Brüller. Ich denke, wir haben uns damals mit den Jubiläern schon wirklich das Beste ausgesucht. Mode schaut okay aus. Und auch die Geschenkeläden, die Großen machen wahnsinnig kurze Geschäfte, die Wine & Cigars, mittelmäßig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich würde trotzdem ganz gerne schon allein aus Lieferketten gründen, Mittown und Murray Hill. Da haben wir eigentlich auch die etwas bessere Gegend, oder? Mittown ja sowieso, Murray Hill haben nicht so viel Oberschicht. Hell's Kitchen und Garmin haben gar keine Oberschicht. Und das sind eigentlich die, die sich von Wein und Cigars angesprochen fühlen. Dann wäre vielleicht die Möglichkeit, Arbeiterklasse im Garment Distrikt einen neuen Modeladen aufzumachen. Und zwar, ihr würdet es schon erraten, genau, wo es Billigkleidung gibt. Und wir haben ja jetzt die teure, da könnte man noch ein bisschen was in der Werbung machen. Oh, die exklusiv, eine mittlere Internetkampagne, 250, das mache ich jetzt mal. Dann sind wir nämlich auch da fast bei 100. Dann haben wir drei Internetkampagnen. Gut, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was rausnehmen. 250 Umsatz finde ich jetzt in Ordnung. Also, einen Billig-Modeladen, nicht die klassische teure, das heißt ja alles teuer, was wir hier haben, sondern eben die Billigware. Und dazu würde ich eventuell sogar, schon allein aus Testgründen, endlich einmal eine dieser Inneneinrichtungsfirmen nutzen. Ich habe einmal, für die, die länger zuschauen und das wissen, habe ich einmal so eine Sendung gemacht, zum Thema eben einen Laden in drei Tagen. Wenn das klappt, mit den Inneneinrichtern. Und da fällt mir jetzt gar nichts dazu ein. Dann sollte das ja eigentlich binnen einen Tag machbar sein. Aber, was braucht man? Genau, man braucht Mitarbeiter. Und das wiederum bedeutet, wir müssten eigentlich sofort Kundendienstler einstellen und auf Ausbildung schicken. 10, 12, 14, 16, da gingen die Preise nach oben und dann auch die Ausbildung, Kundendienst. Die verlangen aber auch nicht so viel, sind aber schon wesentlich besser ausgebildet. Naja, wobei, da geht es um einen Tag, der macht ja 10% am Tag. Also, kannst du ja wirklich die 10% nehmen und das sind die Billigsten. Dann nimmst du die 10%, Kundendienst 10%, 19, 20 Dollar, ist vollkommen in Ordnung. Vollzeitler, was brauchen wir immer? Vier Vollzeitler, zwei Teilzeitler war das immer, gell. Und alle haben keine Extrawünsche. Dann würde ich sagen, stellen wir die mal ein, bevor wir uns jetzt Gedanken machen über den nächsten Laden. Wie viel kann denn unser, habe ich neulich, glaube ich, schon mal nachgeschaut, das Gott, wie viel kann er denn aufnehmen? Aufnehmen? 14, wunderbar. Wären noch zwei Läden, auch sechs Mitarbeiter. Zwei große Läden wohlgemerkt, aber da müsste man einen großen machen. Ich bin jetzt. also ich bin also tipp schalbe meine eigene jungen so jetzt dachte mir schon das kommt ja auch mal dem alle 1 2 3 4 23 doller ist zu viel 56 ach so ich bin also tipp ich brauche ja bloß 4 vollzeitler ist wurscht die bilde jetzt einfach mit aus das lasse ich mir das jetzt kosten so und jetzt gehen wir uns gedanken machen also einen einen günstig modeladen im garment distrikt der ist wo der ist hier ok wir werden wie sie das für einen anständigen gehört erst einmal kurz checken garment distrikt nachfrage mode wie schaut es aus moderne preiswerte kleidung steigend wunderbar bei 50 prozent ist nicht viel aber steigend ist gut moderne preiswerte damenkleidung importeure melden einen vorübergehenden mangel wie viele läden haben wir da drei nicht so gut aber ok das gibt es noch gar keine aber ok ob zwei oder drei glaube ich macht jetzt nicht so viel unterschied manchmal gibt es sogar schon fünf neun läden also gut würde ich jetzt machen ich lass mich da auch ich mag das einfach machen fertig also brauchen wir im garment distrikt ein einzelhandel und zwar wenn es geht einen großen und den wird da haben wir ja schon wunderbar und mit 50 verkehrswert ist es auch noch die haben alle verkehrt passt das ist unser auto die drei der vielleicht noch 49 würde genauso gehen perfekt so einzelhandel bin jetzt echt gespannt das bis jetzt schon wieder so testphase wir können wir sind jeder ausgabe noch hin deswegen tue jetzt gar nicht lang rum im bismen öffnen ist ja super günstig auch ach das ist immer das haus verstehe aus der zustand dort das habe ich vorher gesehen durchschnittlich da könnte mir überhaupt nichts dran ändern verkehrsindex 50 gebäude mieten neues unternehmen gründen bekleidungsgeschäft und das ist dann mode und wie nehmen wir das jetzt günstige mode das eine ist exklusiv und das andere ist dann eigentlich völlig wurscht mode billig garment macht nicht viel her aber das weiß ich selber auch aber passt nur das zeichen ist grausam war mir irgendwas poppiges so passt ja auch mit dem ding mit dem hemd das wunderbar mehr wohl gar nicht so und jetzt bin ich gespannt jetzt müsste ich doch praktisch nur und ich weiß jetzt nicht was den unterschied macht geschäft für ladeneinrichtung nein sondern in den ausbauer was machen die verschieden da gibt es ja mehrere kingdom office die macht glaube ich nur büros oder alles wenn man es gefällt da hut rufen wir den an adresse wählen modig billig garment wähle einen installationstag ja morgen design billig ja klar ist einer billig laden haben billiges design das kann ja nicht sein nach 175.000 was das oder verstehe wird 75.000 nicht 175,8 und was ist teuer 180.000 moment das sind nur 5000 unterschied na dann teuer bestätigen da bin ich jetzt echt gespannt ohne schmarrn akzeptieren dass wir die gesamte vorhandene innenausstattung des gebäudes verkaufen ja ja machen macht es mal wir beginnen am tag mit der installation ihre inneneinrichtung bitte beachten sie dass die adresse erst um mitternacht erreichbar ist um mitternacht wann wenn der tag vorbei ist also wir beginnen also am tag also morgen beginnen sie mit der installation also dann übermorgen sozusagen das werde bei uns dann am samstag jetzt bin ja gespannt jetzt bin ja gespannt leute seite meine ps ich meine meine mal nie oder selten im jama wird ihr wird es bestimmt sehen und ich will das jetzt in dieser folge noch sehen damit wir irgendwie was gemacht haben und wir laufen nach hause und jagen jetzt die zwei tage durch sorry leute ich weiß das ist jetzt gar nicht so rollenspiel like ich will ja gar nicht hinfahren weil ich will das jetzt sehen so gut dass ihr mich daran erinnert okay aber wenn er erst übermorgen fertig ist dann stellen wir auch erst denken die an alles an kassen an einkaufskörbe an ich bin so gespannt jetzt ohne schmarrn was machen wir da haben wir uns völlig umsonst angezogen wir ziehen wieder unser sport outfit an und jagen jetzt einmal das will ich sehen sorry seid meine bestes muss ich jetzt sehen und ich ziehe jetzt wir sind mit der halben stunde schon fertig aber euch zuliebe ziehe ich das jetzt noch ein bisschen hinaus und ziehe das jetzt ein bisschen durch und ich ziehe das jetzt noch ein bisschen was muss man sich kümmern Ganzes Neu geht es doch nicht. Die anderen sind in der Ausbildung, oder? Wow, wir haben jetzt echt schon viele Mitarbeiter. Wisst ihr noch, als wir angefangen haben? Ich muss das jetzt sehen, das tut mir wahnsinnig leid. Wir knallen uns hin, schlafen wir trotzdem mal bis um neun in der Früh. Ah, Lieferung, 140.000 Gewinne, ja, legst mich am Arsch. Jetzt ist aber was vorwärts gegangen. Was ist denn jetzt explodiert? Billig, Garmin, Kleiderstehende. Ach, dann haben die das jetzt schon eingerichtet, oder will? Anscheinend. Ah, jetzt haben wir das Problem. Der hat das natürlich jetzt nicht nur für billig eingerichtet. Ja, da muss man dann selber Hand anlegen. Der hat es für alle eingerichtet. Teure, klassische, der hat es echt für alle eingerichtet. Okay, gut, aber das ist ja, so lernt man dazu. Habe ich nicht bedacht. Was ist los? Die Installation für das Gebäude ist abgeschlossen. Ach komm, echt, ihr seid fertig. Das ist ja geil. Und jetzt? Fahren wir gleich hin. Fahren wir gleich hin. Kruzifix, gibt es nirgendwo. Taxi! Bring uns mal in unseren neuen Modeladen, wo auch immer der jetzt ist, da ist er, oder? Ja. Ach, das ist ja abgefahren, schaut euch das an. Der hat den ganzen Laden vollgestellt mit Kleiderständer. Das ist ja der Wahnsinn. Also es schaut ziemlich cool aus. Hier, für Überwachungskameras sind da. Er hat bloß keine Lampen aufgehängt. Aber ansonsten, Regale sind da. Drei Stück, anscheinend 3 HD. Für Wachmann ist da. Die Kassen sind da. Das ist ja echt abgefahren. Was nicht, die Einrichtung schaut cool aus. Ich bin schwer begeistert. Ja, das ist ja oft geil. Ach, Entschuldigung, das darf man ja gar nicht sagen. Das ist ja der Hammer. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Dass das wirklich so gut. Ich meine, dann kannst du ja jetzt im Grunde genommen einen Laden nach dem anderen aus dem Boden stampfen. Mal mal näher hinscrollen. Na, geht nicht näher. Es sind zwei Kassen da. Und vor allen Dingen, es ist ja immer ganz cool zu sehen, wie die das so bauen. Also es ist so ein kleines Töpfchen. Und übrigens sind Pflanzen da, für alle anderen. Nochmal so erwähnt. Der hat das ganze Ding voller Kleiderstände gestellt. Das ist ja der Wahnsinn. Und der hat halt nur kurze Warteschlange, weil es eben zwei Kassen sind. Na gut, die grünen Dinger gefallen mir jetzt nicht so. Also farbtechnisch könnte man bestimmt noch einiges ändern. Aber, also, ja, Wahnsinn. Sie hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das so reibungslos geht. Ja, ihr Lieben, und da steht ja auch noch Sicherheitskameras. Fünf Sicherheitskameras, oder? Ja. Fünf Sicherheitskameras, keine Deckenkamera. Aber er geht davon aus, dass man noch wahrscheinlich einen Wachmann dann reinsetzt. Sicherheit gut. Wird wahrscheinlich reichen. Ich bin ganz baff, das muss ich wirken lassen. Ich sage danke fürs Zuschauen jetzt, Leute. Big Ambitions. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Ich bin schwer aufbegeistert, muss ich ehrlich sagen. Schwer aufbegeistert. Das gefällt mir total gut. Das muss ich erst mal sacken lassen, oder? Ich meine, weil wir haben, ewig hat man da immer reingekriegt. Und wenn das so easy peasy geht, dann bin ich echt begeistert. Bis zum nächsten Mal. Gerne Kommentare, eure Likes und so weiter, was ihr davon haltet. Finde ich super spannend. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Eier DGNIC. Sie wünschen ihm. Wat ich SPECEACH.